Oh, mein Kopf. Bleibst du hier? Ich will nicht allein warten. Er hat schon recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ich hab auch kein Netz. Ist wohl ein Funkloch. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Hast du den vom Unfall? Ach, glaub schon. Hallo, mein Lieben. Ich habe es endlich gefunden. Geheimnis Nummer 5. Und zwar, es ist wurscht, was wir sagen. Es ist im Kapitel dunkle Träume. Das kann man dann einfach anwählen und neue Speicherdaten nehmen, falls wir es verpasst haben. Und zwar, wenn man das erste Mal die Kontrolle von der Tela bekommt, es ist wurscht, was man vorher in dem Dialog gesagt hat, wie ihr das braucht für die Trophäen. Sagt es einfach, man geht zurück. Falscher Weg. Wir sollten zur Stadt laufen. Und hier ist der Bus. Alle drei zusammen. Und da hat man im Hintergrund schon gesehen, da ist ein Untersuchen X. Und da drückt man jetzt drauf. Und da liegt ein Buch. Ich habe es jedes Mal übersehen. Es steht immer noch auf Englisch da. Ich habe es jetzt schon auf Deutsch gestellt. Man kann das irgendwie nicht umdrehen. Das Geheimnis ist, wie gesagt, Geheimnis Nummer 5. Es heißt die Geschichte des Heidentums. Und wir haben es gefunden. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Bei mir hat es jetzt auch länger gedauert, bis ich es gecheckt habe. Ich habe ja schon um Weihnachten herum angefangen zu spielen. Es ist dann doch schon Mitte Juni. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht hilft es irgendjemand von euch. Ich war nämlich planlos. Und ich habe auch nicht gewusst, welche Entscheidungen man treffen muss. Man kann alle treffen. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich wollte euch das einfach wissen lassen. Wenn es euch taugt, was ich mache oder wenn es euch geholfen hat, lasst ein Like da. Kommentare, Anregungen, Beschwerden, Fragen, schreibt das in die Kommentare. Lasst ein Abonmord. Hilft mir sehr. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich kann euch bei was anderem weiterhelfen. Oder besucht mal eines meiner Let's Plays. Und ansonsten sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht es gut. Habt viel Spaß mit dem Spiel. Und ciao.